Es ist mir eine besondere Freude, Ihnen eine besondere Veranstaltung hier in diesem Hause, dem Romantik-Jugendstil Hotel Bellevue in Traben-Trabach vorzustellen. Am Sonntag, dem 10. Juni, wird Matthias Meurer zu unseren Weinen, das heißt Weine des Weingutes von Ottografen. Wir bewirtschaften ausschließlich Rieslinge in den großen Lagen der Saar. Ein fantastisches Menü Ihnen zubereiten, korrespondierend mit unseren Weinen. Matthias Meurer wird Ihnen zu den Gerichten noch genaueres berichten können. Ich verspreche Ihnen, es wird ein wunderbarer Abend. Hier im Jugendstil Hotel Bellevue begrüßen wir Ottografen. Dazu habe ich extra ein Fünfgang-Menü gemacht, hochwertig. Und im Hauptgang gibt es zum Beispiel einen Schwarzfederhuhn mit einem Flan und gebratene Scheibe von der Entenleber, wunderschöne dicke Bohnen, weißen Spargel und Blätterteig. Und dazu gibt es eine Geflügel-Estragan-Soße. Und das restliche Menü ist auch extra auf die Weine abgestimmt. Es ist ein wunderbares Menü und ich würde mich freuen, Sie zu begrüßen. Vielen Dank. Vielen Dank.